Mehr als ein Jahr Krieg in der Ukraine und auch heute wollen wir uns die militärische Situation im Land ansehen. Und wir wollen nochmal anfangen mit Bildern aus Bachmut, die man sich kaum vorstellen kann. Nämlich Bilder, die wirklich belegen, dass die Wagner-Söldner, also die russischen Söldner, dort zivile Einrichtungen, Krankenhäuser, Schulen und in diesem Fall jetzt einen Kindergarten, sich einfach so nehmen und dort ihre Angriffe von dort aus starten. Wir sehen jetzt hier einen Söldner von Wagner, der gerade eine RPG-7, also eine russische Panzerfaust, vorbereitet. Und dahinter sehen wir Spinte eines Kindergartens, die eigentlich von Kindern benutzt werden. Wir sehen auch hier hinten in der Ecke eine Wandmalung, eine Wandmalerei von Kindern. Und jetzt sehen wir, wie durch die Ruinen dieses Kindergartens, und zwar Kindergarten Nummer 36 in Bachmut, ist das, dass sich diese Söldner, die russischen Söldner bewegen und dann von dort aus angreifen. Also tatsächlich zivile Infrastruktur, ehemalige zivile Infrastruktur natürlich nutzen, um von dort aus ihre Angriffe zu starten. Und wir sehen hier, so eine Panzerfaust hat auch ungefähr nur 300 Meter Reichweite. Das heißt, die Ukrainer, die Soldaten befinden sich auch relativ nah. Das aber nochmal als Beleg dafür, was ja einige einfach nicht glauben, die sich überlegen oder fragen, warum bombardiert die Ukraine Schule? Ja, deshalb bombardiert die Ukraine Schulen, weil dort eben die russischen Söldner sich verschanzen, weil sie diese Schulen, diese Objekte eben nehmen als Angriffspunkte, um natürlich, sobald die Kämpfe hier vorbei sind, dann der Staatspropaganda den Zutritt dazu gewähren und zu zeigen, seht euch das an, was die Ukrainer mit ihren eigenen Schulen gemacht haben. Ja, warum müssen sie das machen? Genau deshalb, Wagner Söldner und auch andere russische Soldaten haben überhaupt keinen Respekt vor ziviler Infrastruktur, sondern nutzen die eben für ihre Angriffe. Und dieses Material ist von vorgestern und wurde bestätigt und verortet. Das heißt, man kann ganz genau sagen, wann, wo das passiert ist. Und wie gesagt, Kindergarten Nummer 36 im Zentrum von Bachmut. Wir wollen aber von Bachmut ein bisschen weiter in den Süden gehen, nämlich nach Wodijane. Wodijane, ein kleiner Vorort von Donetsk. Wir haben ja Bachmut hier, das waren die Aufnahmen, die wir eben gerade gesehen haben. Und hier haben wir Donetsk seit 2014 unter russischer Kontrolle. Und von dort aus haben russische Truppen jetzt einen Vorstoß nach dem Norden ausprobiert, vom kleinen Dorf Wodijane aus Richtung Norden. Und die Aufnahmen, die da entstanden sind, die ukrainischen Drohnenaufnahmen, sehen ein bisschen so aus wie zu Beginn des Krieges. Und man wundert sich tatsächlich, dass die Russen offenbar aus ihren Fehlern überhaupt nichts gelernt haben. Was wir hier sehen, wir können das einmal markieren, ist ein russischer Konvoi aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Panzern und Schützenpanzern, die sich auf die Front zu bewegen, die aber schon Minuten vorher von der ukrainischen Armee eben gesichtet wurden. Wir sehen jetzt die gleichen Panzer, wie die sich hier treffen, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, treffen sich in Wodijane und versuchen dann, übers offene Feld nach Norden vorzudringen. Also nähern sich den ukrainischen Stellungen, die aber auf sie warten. Denn wir sehen jetzt hier, was passiert, das Gleiche wie schon vor einem Jahr. Das ist ein ukrainischer Soldat mit einer Javelin-Panzerabwehrrakete. Die Javelin hat etwa eine Reichweite von zweieinhalb Kilometern. Und sobald die russischen Panzer hier in Reichweite kommen, wir sehen es jetzt gleich, wird ihnen das Ganze zum Verhängnis. Die ersten Explosionen noch relativ weit weg, dort vorne, da ist gerade der erste Panzer explodiert. Wir werden aber gleich sehen, dass je mehr sich die Russen nähern der ukrainischen Stellung, desto einfacher wird es auch für uns zu beobachten. Denn wir sehen, ganz kurz nochmal zurück, wir sehen hier dann eben das Feuer. Wir sehen aber, dass die anderen das völlig ignorieren. Der erste ist hier bereits verbrannt und die anderen bewegen sich hier einfach weiter direkt auf die ukrainische Stellung zu. Es ist einfach unglaublich, wie völlig rücksichtslos die russische Militärführung gegenüber ihren eigenen Soldaten ist. Denn was wir hier sehen, ist kein Zufall, sondern das ist ihre Strategie. Einfach diese Masse an Panzern und die Masse an Soldaten ins Feld zu schicken, zu opfern. Wir sehen immer wieder jetzt, wie nacheinander die ukrainischen Javelins einen nach dem anderen ausschalten. Hier sehen wir die nächste Explosion. Eins, zwei, drei von denen brennen hier. Und wenn wir uns die Masse unten hier angucken, da sind weitere, die schon vor Tagen zerstört wurden. Das heißt, nacheinander werden alle russischen Panzer und Schützenpanzer zerstört, alle russischen Soldaten getötet. Und das scheint der Plan zu sein, der Russen. Jetzt sehen wir übrigens auch eine Minenexplosion gleich. Das heißt, dieser Schützenpanzer jetzt hier wird von einer gerichteten Mine, unter Umständen eine deutsche Mine, vom Typ AT-2 getroffen. Wir können das nochmal anhalten in dem Moment und sehen, dass hier also die Mine, eine gerichtete Mine, die zur Seite geht und den Panzer trifft, beziehungsweise das sind Schützenpanzer. Und wir sehen jetzt, aufgrund dessen, dass es eine Mine war und nicht eine Javelin, dass die Soldaten zumindest eine Chance haben, das Ganze zu überleben. Wir sehen jetzt, wie sie nacheinander verletzt, sich dort aus dem Schützenpanzer retten und eben versuchen, wegzukommen da irgendwie. Aber man muss sich das wirklich vorstellen. Das ist vollkommen vorhersehbar, was hier passiert. Die Ukrainer wissen das, es ist gutes Wetter, die haben das mit Drohnen unter Kontrolle, die ganze Situation und trotzdem ein Panzer nach dem anderen. Jetzt sehen wir gleich wieder, dass Van Arturi daneben gegangen ist. Wir sehen aber jetzt gleich eine Mine, auf die der Panzer rauffährt. Und auch der wird dann, er schießt jetzt auf die ukrainische Stellung, wird aber beim Zurückfahren jetzt gleich zerstört, indem er auf eine Mine fährt, beziehungsweise sowohl auf eine Mine als auch von der Javelin getroffen. Wir sehen jetzt zuerst mal die Mine, die er getroffen hat und wir sehen dann auch gleich noch die Javelin, die einschlägt. Das ist also die russische Strategie. Man kann es sich wirklich kaum vorstellen, nach mehr als einem Jahr Krieg, da sehen wir den nächsten Panzer, der explodiert und da oben weitere Panzer, die hier brennen, der Russen. Das war vorhersehbar und ich denke, auf jeden Fall die Offiziere wussten das und wahrscheinlich wussten es die Soldaten auch, dass sie in den sicheren Tod fanden. Nichtsdestotrotz, es ist und bleibt Russlands Strategie, Masse statt irgendwelches Maß, also Quantität statt Qualität und man haut einfach alles rein, was man hat, in dem sicheren Wissen, dass die meisten Soldaten und Panzer dabei umkommen, beziehungsweise zerstört werden und was eben dann durchkommt, soll irgendwie die ukrainische Stellung erobern. Das ist also die Situation in Donetsk. Wir wollen jetzt einmal noch in den Süden des Landes gehen, und zwar nach Saporizha. Und in Saporizha ist es ja so, dass das einer der Orte ist, wo die ukrainische Gegenoffensive erwartet wird. Und zwar wahrscheinlich in dieser Region hier, denn die Idee der Ukrainer, beziehungsweise das glauben die Russen, das glauben auch viele Beobachter, ist eben hier durchzustoßen und dann die russische Front in der Mitte zu teilen in einen östlichen Teil und einen abgeschnittenen westlichen Teil mit Krim und den noch besetzten Gebieten in Saporizha und Kherson. Und dafür, um diese Offensive zu fahren, gibt es die erste Vorbereitung offenbar. Denn dieses Gebiet ist eben das, was von den Russen sehr stark bewacht wird, wo extreme Befestigungen aufgebaut wurden über das letzte Jahr. Und wir sehen uns jetzt einfach mal an, wie diese Befestigungen jetzt angefangen werden zu beschießen. Nämlich die ukrainische Artillerie. Das ist leider sowjetische Artillerie, ungerichtete. Aber wir sehen hier diese riesigen Anlagen. Da sind Brücken gebaut, da sind große Gräben gebaut. Die sind über Kilometer lang. Und diese Anlagen müssen überwunden werden. Ich sehe es jetzt noch mal ganz gut. Müssen überwunden werden, damit die Offensive eben funktionieren kann. Und das sind tatsächlich sehr, sehr große Anlagen, die eben gut aufgebaut sind, verbreitet sind. Da sind teilweise, also auf jeden Fall Holz, teilweise auch Betonkonstruktionen drin. Und diese Anlagen sind halt sehr widerstandsfähig. Und deshalb muss die Ukraine bereits jetzt beginnen, diese riesigen Bunker- und Grabenanlagen zu bombardieren, damit sie dann hoffentlich in ein, zwei Monaten die Chance hat, eben da auch mit den westlichen Fahrzeugen und Panzern und Schützenpanzern rüberzukommen. Wenn wir von westlichen Panzern und Schützenpanzern gerade reden, da gibt es auch neue Aufnahmen. Wir haben jetzt fast im Tagesrhythmus tatsächlich neue westliche Waffen, die hier ankommen. Die haben wir noch nicht gesehen. Das sind Schützenpanzer vom Typ Striker. Das ist ein Kauke, aber jetzt gleich kommen wieder die Striker. Und das sehen wir, sind weitere amerikanische Schützenpanzer, die von den Marines dort benutzt wurden. Seit Anfang der 2000er Jahre erst. Also relativ moderne Fahrzeuge. Und hier sehen wir, wie sie eben fahren. Also die haben acht Reifen und sind dann auch dementsprechend 8x8 Allrad betrieben. Eine relativ kleine Bewaffnung von einem Browning-Maschinengewehr, was da drauf gebaut ist, aber trotzdem eben eine sehr gute Möglichkeit, ukrainische Truppen schnell ins Feld zu bringen und auch schnell eben an gegnerischen Stellungen vorbeizubringen oder sie zu überfahren. Und wir sehen, wie gesagt, die Bewaffnung da oben ist relativ schwach. Das ist so ein kleiner Gefechtsturm eben mit so einem M2-Browning-Maschinengewehr, glaube ich, drauf. Nichtsdestotrotz ist auch das eben wichtig für die Ukraine, denn 90 Stück davon sollen kommen. Und wenn wir überlegen, da passen jeweils um die acht Soldaten rein, dann haben wir da schon einen riesigen Trupp, der eben geschützt durch die russischen Linien und hinter die feindlichen Linien gefahren werden kann. Und sobald wir, wie wir eben gesehen haben, diese großen Grabenanlagen dort, man möchte sagen, sturmreif geschossen sind, so ist es nun mal, können dann diese Schützenpanzer auch sich dort nähern und dort die russische Front hoffentlich im Mai oder Juni durchbrechen.